Hi, weiter geht's mit LQM. Heute bauen wir die Mobfarm richtig gut um, so auf Technik und so, damit ihr auch schneller arbeitet und deswegen bewerte den Part und viel Spaß. Und ganz, ganz wichtig, Abo dalassen, da verpasst du auch nichts mehr und die Glocke aktivieren und dabei glaube ich noch, ne ich glaube das war es schon. Wie immer, letztes Mal da hinten die Rubberanlage gebaut und dazwischen habe ich gestreamt, hier ein bisschen was noch gebaut, also nicht viel muss ich dazu sagen, ich war mehr auf Wanderschaft. Und da kam die Idee von Real Scytex, nochmal großes Dankeschön, hier einfach Annihilation Plates hinzumachen, weil wir haben ja gesehen, dass diese Hopper viel zu langsam sind für das, was aus der Mobfarm rauskommt. Wir haben übrigens jetzt mittlerweile auch noch einen Wither Skeletten Spawner, also wirklich gut, weil dann kriegen wir auch noch Wither Köpfe. Momentan geht der Wither allerdings noch ein bisschen unter, also die Wither Skeletten, weil da so viele andere Mobs einfach spawnen. Und ja, und deswegen bauen wir das Ganze jetzt hier oben, ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet, hat auch ein bisschen gedauert, das zu craften und vor allen Dingen, wir waren ja auch noch im Neter gewesen, haben Glowstone geholt und deswegen konnten wir auch nur die Disketten hier bauen. Ich habe jetzt 4K-Disketten genommen, ich hoffe das reicht, sollte reichen, sonst müssen wir halt vorher noch ein bisschen was leer machen. Und vor allen Dingen automatische Müllanlage, ne, Trashcan, die haben wir auch im Gewächshaus für die Samen, für die Sitsi da rauskommen. Und wir machen jetzt nochmal den ganzen anderen Kram hier. Also, zuallererst muss die Mobfarm erstmal ein bisschen höher. Oh, ich finde den Raben so cool, wo ist der? Der war gerade wieder hier, da ist der Rabe, da, sag was. Oh, so warte mal, haben wir eigentlich irgendwie Healing oder so? Ich habe doch voll viele Tränke mal ge... Ah, guck mal, wir haben sogar noch. Nice, wir können den Rahmen retten. Warte. Nice. Den müssten wir eigentlich mal einfangen und irgendwo in einem Raum packen, das wäre echt cool. Aber erst wenn wir Fenster alle zu haben, sonst ist das doof. So, warte mal, wir müssen jetzt erstmal hier hoch, ich habe leider keines Gefoldings mit, ich glaube, die stehen da hinten noch. Aber man haut manchmal die Mobs und dann sind die immer weiter noch oben in den Wasserstrahlen und das ist halt ein bisschen uncool. Und deswegen machen wir mal ganz kurz hier den Kram weg. Wir brauchen aber noch Soft Cobblestone Bricks und nicht die hier, die waren, glaube ich, falsch. Dann brauchen wir noch Buckets. Oh, warte mal, wir haben noch einen Super Bucket, oder? Wir haben den Barter Bucket. Gut, das ist ja super cool. Warte, dann müssen wir da nochmal hoch. Gleich haben wir so einen Megaturm, auch gut. Also zuallererst muss das hier weg. Sieht gut aus. Dann müssen wir hier einen draufsetzen. Dann haben wir hier noch ein paar Andesit. Ich glaube, wir haben alles Andesit weggeschmissen, als wir das im E-System neu gemacht haben. Nicht ganz cool, muss ich sagen, weil ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen. Und die sind dann hier manchmal ins Wasser gefallen und waren dann wieder ein bisschen weiter oben. Die müssen jetzt runterfallen und dann ist gut. Deswegen machen wir das so. Den Barter, Bucket, dahin. Brauchen wir ja überall eine Wasserquelle. Und dann machen wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay, ich glaube, wir hatten sowieso schon überall Wasserquellen. Dann kommen die Zauntore jetzt hier hin. Ich weiß gar nicht, wie viel wir hatten. Ich glaube, wir hatten mehr, oder? Sind die hier drin verschwunden? Oh ja, da sind sie. Okay, warte. Von unten können wir die gut setzen jetzt. Eins, zwei, drei. Und die anderen waren, glaube ich, hier, damit das Wasser nicht runterfließt, aber die Dinger trotzdem offen sind. So war das, glaube ich. Okay, jetzt müssen wir nochmal hoch. Und ihr seht gerade, viele Folgen sind jetzt gerade auch exklusiv für YouTube. Also die laufen nicht im Stream. Allerdings muss man dazu sagen, das ist halt immer so ein Wechsel. Und ich glaube, heute Abend fängt auch ein neues Projekt auf Twitch an. Allerdings werde ich das heute Abend, glaube ich, gar nicht streamen. Und zwar Create Live 3. Da muss ich allerdings gucken, wie viele Folgen ich davon bringe. Weil eigentlich finde ich das hier ganz cool. Aber ich hatte mir überlegt, das ist ja auch so eine Art Gemeinschaftsprojekt. Und passt auf, Ich wollte eigentlich ein paar Fallen da bauen. Und zwar, ähm, das ist das Coole daran, wie gesagt, Gemeinschaftsprojekt ist, man sammelt gemeinschaftlich Rohstoffe. Und mit diesen gemeinschaft gesammelten Rohstoffe kann ich dann Fallen bauen, wo dann die Gemeinschaft reingeht und Spaß hat. Ja, das wäre, glaube ich, cool. Alter, regnet gerade voll. Boah, geht voll ab wieder da draußen. Ich habe übrigens, also ich bin ja hier im Keller und ich bin so auf, also das Fenster oben ist auf Bodenhöhe. Deswegen. Und dann, wenn, wenn Fenster offen ist, kommt hier Wasser rein. Und ich hoffe, dass der Keller nie zuläuft. So. Höher gebaut. Das heißt, dass die Mops beim Schlagen oben im Wasserstrom landen, müsste jetzt nicht mehr der Fall sein. Und jetzt machen wir das weg. Und die Blume, die wir mal gebaut haben, die quasi die Mops, mehr oder weniger vergiftet, die ist zwar toll, aber eigentlich ist sie scheiße. So, die, die bringen das einfach nicht so. Die ist zu langsam. So, Barter Rocket wieder hier rein und jetzt müssen wir, ich glaube, die Truhe müssen wir einmal leer machen. Ach, schwierig, schwierig. Und hier nochmal ganz kurz die Frage. Hier oben soll ja auch ein Gebäude entstehen. was für eine Art von Gebäude. Also, was für ein Theme. Also, ein bisschen zu dem anderen Haus muss es ja auch passen. Wobei, bei dem anderen Haus sind natürlich auch hier so modern. Aber wie soll das hier aussehen? Weil hier kommt ja noch mehr rein. Hier ist der Verzauberungstisch, hier sind die Dinger. Aber das ist momentan einfach nur auf dem Berg und das muss ja geil werden an der Zeit. Also, irgendwann mal. Und deswegen wäre es eigentlich cool, wenn wir dafür ein geiles Theme hätten. Deswegen, haut mal raus. So, darauf kommen jetzt die Annihilation Plates. Alles, was da drauf landet, ist automatisch im ME-System drin. So, und wir haben ja vorbereitet, wir haben noch Kabelfassaden. Das sieht ja mal mega cool aus. Mist, wir brauchen mehr Blöcke. Äh, was war das? Soft Cobble Storm Bricks. So, der Anschluss geht da an der Seite raus. Wir brauchen jetzt einmal unseren ME-Kern. Ich glaube, den baue ich direkt hier hin, oder? Also, muss ja eh nachher nochmal wahrscheinlich versetzt werden oder umgebaut werden. Also, den einmal hier hin. Davon braucht man noch so viele, ne? Aber, da muss man gucken, wo drin man die Rohstoffe investiert. Ja, eigentlich braucht man da gar nicht dran, ne? So, reingeschmissen. Ich glaube, die packe ich lieber da hinten rein, da sind die besser aufgehoben. Dann geht's weiter. Flux ME-Glaskabel. Und jetzt kommt eins der wichtigsten Sachen, gerade bei einer Mob-Farm. Ich baue, also, ich schließe das extra nicht da an, weil das sonst komplett zumüllt. Wir brauchen aber eine Aussortierung bei dieser Anlage und dafür sind die Blöcke da. Alles, was man da reinleitet, wird gelöscht. Und deswegen machen wir hier so Exportbusse dran. Oben auch. Und hinten theoretisch auch noch, aber ich glaube, sechs reichen. Ich mache extra so eine coole Reihe, damit man die gut bestücken kann. So, dann brauchen wir noch, warte, ah hier, Kapazitätskarten, Capacitor. Dann hat man sechs, ne neun Sachen, die man reinschmeißen kann. Ich glaube, das ist noch zu wenig. Müssen wir nachher wahrscheinlich nur aufbohren. Komm, wir machen die direkt hier hinten dran. So, und das heißt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht Kanäle sollten auf so ein kleines Kabel laufen. Hoffentlich. Alles da, was da sein muss. Da drauf kommt jetzt der, warte, ganz kurz überlegen. Die Dense Energy Cell. Da drauf kommt der Energy Acceptor und da drauf kommt ein kleines Solarpanel. Achso, ist schon an, oder was? Ja, ja, muss man nur einmal klicken. Super geil. Und dann machen wir hier nochmal den. Letzten muss ich da noch ein Kabel setzen. Ist ja egal. Und dann machen wir hier sowas und hier vorne noch ein ME-Terminal dran. Muss kein Crafting Terminal sein, weil wir wollen ja nur dran. Wollen ja nur gucken, was da reinkommt. So, und jetzt haben wir, glaube ich, es lädt auch auf, das ist gut. Also, los geht's. Da, ein Wither Skeletten. Und der geht noch nicht mal rein. Ich meine, die gehen alle irgendwann nach einer Zeit rein, in dem Moment, wo die die Richtung mal wechseln oder von den anderen wieder reingeschoben werden. Aber, hier passiert folgendes, und zwar das. Ich bin sehr gespannt, wie schnell das jetzt geht. Haltet euch fest. Wir warten mal ganz kurz, bis es ein bisschen voller ist. Da ist das Wither Skeletten Skull. Ne, das Wither Skeletten. Kein Skull. Und dann gehen wir hier nochmal an den. Also, ich sag mal so, das klappt ja noch gar nicht. Habe ich die falschen Kabel benutzt? Ne, eigentlich nicht. Guck mal, eigentlich läuft die doch. Ich glaube, wenn die Sachen direkt darauf sterben, dann zählt es nicht. Loll, warum das denn nicht? Was ist das denn jetzt wieder? Kein Problem. Wir werden Lösungen finden. Nur muss man jetzt ein bisschen umbauen. Oh, da ist Wasser drin. Oh nein, was machen wir denn jetzt? Wir müssen die Items dann irgendwo drauf fallen lassen. Und eigentlich gar nicht so schlecht, weil dann haut man die besser. Warte, ich zeige mal kurz, was ich vorhabe. Jetzt geht ab. Wir brauchen, was brauchen wir denn jetzt? So, die Mobs werden jetzt automatisch immer nach vorne befördert. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und dann wird alles, was hier ist, zur Seite befördert. Kann sein, dass die Mobs sich jetzt immer an der Seite tummeln, aber ist ja auch nicht schlimm. Haut man die halt da kaputt. Und dann fällt das Ganze auf so eine Platte, oder? Ich glaube, das ist gut. Oh, jetzt habe ich kein Glas mehr davon. Warte, machen wir anders. Machen wir das rein. Sieht magisch aus. Sieht aus wie für eine Mobfarm. So, das heißt, wenn jetzt Items drauf fallen und dagegen fallen, werden die in seinem E-System befördert. Das hört sich gut an. Muss jetzt nur noch funktionieren. Okay, nächster Versuch. Aber erstmal hier zu machen wieder. Alles top. Items ganz kurz wegräumen. Jetzt haben wir sogar mehr Items. wieder als vorher. Das ist ja mal richtig cool. So, und los geht's. Guck mal, der Rabe wieder. Der ist voll cool. Ah, da sind sie. Alle werden in die Ecke gepresst. Und los geht's. Guck mal, die XP bleibt auf dem Band liegen. Das ist ja mal super gut. Und die Items werden rumgeführt. Ich mach das jetzt mal ganz kurz ein bisschen. Oder ist ein Ursaß-Filipen? Oh, da ist er. So, wir gucken mal, ob alles drin ist. Ja, alles ist drin. Krass, okay. Jetzt gucken wir mal ganz kurz nach dem Stein. Da ist der. So, jetzt sammelt sich hier langsam Kram an. Das dauert natürlich dann ewig bei der, bei der diskretten Anzahl, die wir haben. Aber wir können im Vorfeld jetzt schon mal hergehen und sagen, alle Bögen, die sie hier drin sammeln, wegschmeißen. Alle Chainmail Boots, alle Wooden Swords. Da sind ja meist immer jetzt nicht so dolle Verzauberungen drauf. Ja, sieht ja gut aus. Und dann packen wir das hier so rein und sagen, pass auf, Chainmail, Chainmail und Chainmail. Voll die waren, aber das wird zumindest rausgeleitet. Ja, weg. Und auch weg. Goldhose, das noch. komm, den Rest packen wir da rein. Dann hier so ein Hut noch. Da ist so ein Hut. So, wir brauchen noch eine Fuzzy Card und dafür brauchen wir Calculation Prozessoren. Wie viele Dinge haben wir da jetzt dran? Ich glaube, acht, oder? Drei? Ja, genau, acht. Okay. Los geht's. Und dann können wir, glaube ich, so eine Fuzzy Card bauen, oder? Fuzzy Card, da ist sie doch. Advanced Card brauchen wir auf jeden Fall welche. Eins, zwei, Ah, warte. Ja, nice. Manche sind auch ein bisschen verpackt. Ähm, Fuzzy Card. Ne, warte mal, jetzt haben wir nur sechs, wir brauchen acht, oder? Ja, eine Fuzzy Card habe ich noch nicht gebaut. Das passt da oben. Einfach mal zwei Quests ready gemacht. Gerade, also das hier macht die Fuzzy Card. Gerade bei den Rüstungsteilen ist es relevant, dass man hier, also man kann auswählen, wie kaputt es sein soll, oder alles von der Haltbarkeit her. Und deswegen ist das so ganz cool. Also man kann zum Beispiel machen, dass Teile, die ganz sind, dass die behalten werden, oder sowas. Und wenn man jetzt mein System guckt, sind alle Sachen draußen, und wir machen nochmal an. Ich glaube, die Chicken Nuggets können auch weg, oder? Chicken Nuggets können weg. Kommen dann da rein. Boah, die Teile sind einfach so cool jetzt, ne? Oh, das ist spezieller. Bitte nicht töten. Oh, ich heile mich nicht mehr. Was ist denn mit meinen Potatoes? Oh, ich glaube, da müssen wir nächstes Mal dran. Ich glaube, nächstes Mal machen wir die Essensanlage ready. Oder wir verlegen Kabel. Schreibt ganz gerne mal rein. Nahrungsanlage oder ME-System Vorbereitungen in Sachen Kabelvorlegung. Nice, Level 60. Und das System arbeitet, glaube ich, noch. Oh, das ist echt leer, ne? Wenn man bedenkt, wie viel wir schon getötet haben, und wie schnell die Sachen auch reingeführt werden. Obergeil. So, das kann noch raus. Das kann raus. Das kann raus. Goldene Helme, hatte ich die nicht schon? Aber wahrscheinlich mal zauberter Goldene Helme, ne? Oder ich hatte auch keinen goldenen Helm. Kann auch sein. So, Steinschwert hatte ich auf keinen Fall. Der Rest ist erstmal chillig. Okay. Könnten noch Beschleuniger-Karten reintun? Ich glaube, eine wird noch passen, dann wird es halt schneller gehen. Aber an sich ist es ja egal. So lange stehen wir ja auch meistens nicht. Aber das, ah ja, das Steinschwert ist auch weg. Ja, moin, aber macht jetzt echt Bock, die Mobfer, muss man sagen. Können noch ein paar Banner aufhängen, und zwar ein Husk-Banner. Skeletten haben wir schon da unten. Stray haben wir noch nicht da unten. Zombies unten, Zombie-Villager und, ja, das war's, glaube ich, oder? Ich glaube, die stacken nicht, oder? Dadurch haben wir einen Buff, wenn wir die quasi töten. Kann man jetzt oben rechts sehen. Eigentlich ganz cool. Während Peter weiter an der Mube-Farm steht, beende ich mal professionell die Folge. Tschüss.